mit der version 26 erhalten wir beim messen von flächen neue möglichkeiten ich aktiviere diesen grundriss und wähle eine arbeitsebene in z wenn ich nun auf die kürze eine rechteckige fläche ermitteln muss finde ich neu unter messen fläche den shortcut r für virtuelles rechteck durch zwei diagonale punkte ich wähle nun r und kann so sehr schnell über zwei punkte diese fläche ermitteln diese wird mir unten angezeigt durch aufspannen eines weiteren rechtecks wird das letzte gelöscht oder ebenfalls mit der rechtsklick löscht sich diese fläche wieder wenn ich eine fläche in der 3d ansicht aktiviere messen fläche habe ich auch hier wieder mit r die möglichkeit ein rechteck über die diagonale zu messen ich kann nun mit r hier den ausschnitt kurz ermitteln nebst dem shortcut r sind drei weitere shortcuts dazu gekommen d für ausmass des rolling das heisst gemäss ach system wird die rollingsfläche ermittelt c für konvex es wird die kleinste um spannende fläche ermittelt und f für ausgefüllt dabei werden nur geschlossene ausschnitte übermessen